Yo, Benni, was sind denn die ganzen Menschen im Park? Ja, ja, die haben alle CPS. Was ist denn das? Ja, Corona-Paranoia-Syndrom. Yo, Kenny, erzähl mal einen Witz. Yo, warum liegt hier überhaupt Stroh? Warum machst du eine Maske auf? Der Klassiker. Warum gehen, Blondinen? Immer auf Zehenspitzen an Medizinschränken vorbei. Geid, Blond, hau raus! Sie wollen die Schlaftabletten nicht aufwecken. Aaaaaah! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!